Die Bundesliga-Saison 23-24 ist beendet und bei uns gibt es jetzt auch einen Sieger und zwar ist es der Hegebusch geworden mit 453 Punkten, zwei Punkte, ganz knapp vor, De Kino, Lewin dahinter auf der 3, der Tippsiegsson auf der 4 und der Prinz Paul die 5. Das sind mal die ersten 5, ihr könnt ja selber nochmal durchgucken, wo ihr seid. Ich bin glaube ich auf der 11, ja, ich bin noch einen Platz nach Rücken gerutscht, also sensationell. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich sage schon mal herzlichen Dank, reiche euch hier virtuell die Hand, dass ihr mit dabei wart. Ein ganzes Jahr lang hier durchgezogen habt, das ist nicht selbstverständlich. Auch nächste Saison werde ich natürlich hier wieder am Start sein mit meinen Kicktip-Videos. Ich werde versuchen das Ganze vielleicht grafisch ein bisschen anders darzulegen und auch die Videos ein bisschen anders zu machen, vielleicht mit mehr Bildern, ja, einfach von den Spielen, dass man da ein bisschen mehr, ja, einfach anders, einfach ein bisschen anders, nicht so statisch und nicht so, ja, monoton vor der Kamera. Die wird natürlich auch wieder mit zum Einsatz kommen, aber vielleicht halt ein bisschen anders. Ich lasse mir da mal ein bisschen was einfallen, hoffe ich. Und dann, ja, hoffe ich, dass ihr auch wieder nächste Saison mit am Start seid. Das wäre so schön, das würde mich sehr freuen. Hegebusch, melde dich bitte so schnell wie es geht bei mir, dass ich dir die 100 Euro dann überweisen kann, mit der Paypal oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, die es da heutzutage gibt. Und dann geht es nächste Saison wieder um 50 Euro. Da geht es dann auch, sobald ich das erste Video gemacht habe, wieder los. Könnt ihr euch wieder anmelden und dann, ja, starten wir rein in die sechste Saison. Ich finde das sehr, sehr schön, dass die alten Leute, die alten Hasen hier mit dabei sind, aber auch neue Leute hier mit dabei sind. Das finde ich sehr, sehr cool, sehr, sehr krass. Von daher lasst da gerne mal einen Daumen nach oben da, GG runter in die Kommentare für den Hegebusch. Und gerne auch nochmal ein kostenloses Abo, wenn ihr auch die nächste Kick-Tipp-Saison nicht verpassen wollt. Ja, bleibt mir nur zu sagen, danke, danke, danke. Es war eine sehr, sehr spannende Saison. Ein heraustragender Meister mit Lewakusen. Auch wirklich ohne Niederlage durchgekommen. Die Kölner runter mit Darmstadt, Bochum in die Relegation gegen Düsseldorf. Bin ich sehr, sehr gespannt. Heidenheim könnte noch in die Conference League kommen, wenn Lewakusen den Pokal gewinnt. Wenn nicht, spielt Kaiserslautern in der Euroleague. Also Wahnsinn. Das sind auch so Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Und von daher, genau, ist jetzt erstmal drei Monate Bundesliga-Pause. Irgendwie ein bisschen schade. Aber dazwischen ist ja auch ein nicht ganz so unwichtiges Turnier. Von daher gucken wir mal, wie es die Deutschen bei der Europameisterschaft machen. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Nochmal GG an den Hegebusch. Und wir sehen uns spätestens dann bei der nächsten Kick-Tipp-Saison wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Und vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.